Irgendwie, irgendwie ist mir mein BB-8 kaputt gegangen. Oh, armer BB-8. Und damit starten wir rein in LEGO Star Wars, die Skywalker-Saga. Wir waren stehen geblieben, mitten auf Jakku, mit der guten Dame Rey. Und hier sind sogar Tai-Bomben abgestürzt. Wie cool ist das denn? Das ist ja mal mega. Ach, ich finde die Musik hier auch so toll. Ich weiß nicht, ich mag die irgendwie. Die Sequels haben auch schon tolle Musikstücke. Springt der BB-8 mit drauf? Ne, kann er hier nicht. Okay, dann machen wir mal mit unserem Spook-Bike ein bisschen durch die Gegend. Driven hier. Schießen können wir nicht. Rückwärts absteigen? Nö, wir fahren einfach. Wir fahren einfach los. Da ist ein kleiner Piepmatz. Der ist einfach ausgewischt. Oh, Unfall, Unfall, Hilfe. Okay, wir fahren einfach hier lang. Alles wird gut, alles wird gut. Der sucht hier. Ne, nichts gefunden, schade. Das ist super geil, ey. Ach, wir müssen... Oh, hallo Teufelstieb. Wir müssen im... Oh, wir müssen im Sternenzerstörer ein bisschen rum suchen, oder was? Das ist nur eine halbe Ration. Ach, je mehr ich das hier gerade spiele, desto mehr muss ich immer wieder sagen, ich finde eigentlich Episode 7 echt super. Also, ich fand damals, das war ja damals... Könnt ihr euch noch daran erinnern, Aliens, Keynote zu Episode 7? Alter, da war alles voll, ne? Da war alles voll. Halt, okay, das können wir kaputt kriegen. Schmetterblaster brauchen wir da. Da war alles voll mit irgendwelchen Star-Wars-Artikeln damals, ne? Überall. Ich hab damals sogar richtig viel... So richtig viel unnötigen Kram gekauft. Ich hatte solche komischen... Ja, das sind keine Untersetzer. Wie nennt man denn sowas? So Tisch-Sets. Wo man dann quasi... Die legt man dann so hin. Und dann waren da irgendwie so Kylo drauf. Und Fasma drauf. Damals war ich jetzt noch total gehypt auf Fasma. Die haben sie leider nie so richtig krass benutzt. Das fand ich immer schade. Aber ich weiß noch irgendwie, wie ich damals ins Kino bin. Und da hatte ich richtig, richtig hart Angst, dass mich dieser Kinofilm enttäuscht, ne? Aber der hat's wirklich hinbekommen. Also Episode 7 finde ich bis heute immer noch richtig, richtig cool. Ich kann verstehen, wenn ihr jetzt sagt, nee, irgendwie Episode 7 ist nicht meins. Wie komm ich da hoch? Ähm, aber irgendwie Episode 7 hat's bei mir noch richtig gut geschafft. Die krass böse Enttäuschung hat ich dann leider mit Episode 8. Was ja auch ein bisschen schade ist. Aber dazu werden wir bestimmt auch nochmal kommen. Müssen wir die Zeit deppern? Weil hier, es wird hier so auf der Minimap angezeigt, von wegen, dass man hier Schrott sammeln könnte. Ich weiß es nicht. Wir können sonst auf jeden Fall den Schrott so sammeln, der hier so ein bisschen auf dem Boden liegt. Da brauchen wir nochmal diesen Netzschießer, alles klar. Vielleicht kann ich etwas bauen, um zu diesem Schrott zu gelangen. Ne, aber habt ihr euch irgendwie so ein... Habt ihr euch irgendwie so ein Quatsch gekauft? Ähm, als damals? Da war alles. Es gab einfach absolut alles. Ich hatte auch irgendwelche Tassen. Ich hatte auch so, ähm, bei Subway... Da hab ich noch in Lübeck gewohnt. Und, äh, da gab's bei Subway, da war ich dann häufiger mal, ähm, gab's dann so geile, so geile Becher von allen möglichen. Und da wollte ich auch alle haben. Und dann war ich richtig wütend. Was heißt richtig wütend? Aber war ich immer so hinterher, dass ich noch den Kylo-Becher krieg, weil der war immer am gefragtensten, glaub ich. Und da hab ich dann irgendwie immer nur... Finn, da hatte ich dann doppelt. Und Finn wollte ich gar nicht so toll. Ich wollte halt alle haben. Da gab's noch Chewie, Fasma, Ray. Da gab's BB-8 noch, glaub ich. Es gab sechs Stück, mein ich. Aber Kylo war der coolste. Aber den... Den hab ich immer nicht gekriegt, den ollen Kylo-Becher. Irgendwann hatte ich ihn dann aber auch. Aber bis dahin hatte ich dann Finn schon doppelt. Und das hat mich geärgert, weil ich wollte die eigentlich nicht doppelt haben. Aber naja. Mittlerweile weiß ich gar nicht, wo diese Becher sind. Die hab ich noch irgendwo. Aber die nutze ich eigentlich gar nicht mehr. Oder ziemlich, ziemlich selten nur. Okay, jetzt kommt wieder so eine kleine Jump'n'Run-Passage. Aber wie gesagt, damals gab's halt richtig, absolut... Okay. Ich als alter Jump'n'Run-Experte schaff das ja wohl. Oh, Glück gehabt. Da bin ich ein bisschen eitrig gewesen. Aber hat ja alles geklappt. Hier liegen auch überall Sturmtruppenhelmen rum. Also man kann auch noch höher springen anscheinend. Aber was bringt das denn? Ich kann ja nicht schießen, ne Leute? Können wir das kaputt deppern, zerdeppern? Nicht, dass wir jetzt hier runterfallen. Das bringen wir halt irgendwie rein gar nichts. Es sieht so aus, als sollte ich da oben gegenschießen. Ich hab leider keine Waffe, womit ich irgendwie ballern könnte. Ja, das ist uncool. Und da hoch komm ich auch nicht. Aber es sieht auch nicht so aus, als sollte ich hier noch irgendwie was machen groß, um... Schrottteile zu sammeln. Vielleicht sind die ja doch einfach vergraben hier drunter. Naja, habt ihr auf jeden Fall irgendwie... Ach, warte mal. Ich muss bestimmt da noch irgendwie was bauen. Was haben wir denn noch? Den Gleit? Ach, nein! Uh, hätte ich da jetzt gleiten müssen? Ah, das hätte sein können, ne? Dass ich jetzt von da oben runter hätte gleiten sollen. Uh, das müssen wir gleich nochmal gucken. Habt ihr euch damals irgendwie auch so unnötigen Kram gekauft? Da gab es auch so Kylo Ren Zahnbürsten und so. Da stand man dann so vorm Regal und dachte sich so, yo, Handzahnbürste. Irgendwie für 5 Euro. Und ich denke mir immer so, ey, das... Star Wars cool und sowas, aber 5 Euro für ne fucking Zahnbürste, die dann irgendwie so rot-schwarz ist von der Optik her. Und wo so ein Kylo Ren so ganz klein drauf ist. Weiß ich nicht. Das ist es dann... Das ist leider nicht mehr der Weg. Das war es dann nicht. So, halt hier hinten kann man nochmal hoch. Hab ich das gar nicht gemacht? Ich hab das abgeschossen und gar nicht genutzt oder was? Ah ja, hier ist der Parcours, Leute. Hier ist er doch. Da müssen wir auch den Gleiter nutzen. Ja. Die Gleiter von wegen, Alter. Das ist ja ein Jetpack. Cool. Ergreifen. Raum füllt. Geil. Geil, 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 geil. Okay, das gefällt mir jetzt schon. Den Nima-Außenposten-Anker-Platt. Alles coole Sachen. Wie mach ich denn das sonst? Ach so. Ah. Ja. Ich dachte, ich müsste da aktiv springen. Aber nein, das ist nicht der Fall. Aha. Da brauchen wir aber den guten alten Baby 8 da oben. Ich komm nicht hoch. Leute, hilf mir. Okay, jetzt. Und ranziehen da. Jawohl. Ah ja, die Konsolen können wir natürlich auch mit dem guten Mann benutzen. Da können wir gleich weiterspringen. Links sah man schon. So, einmal die Treppe runterlassen. Die Leiter, nicht die Treppe. So. Aber mir fehlen ja immer noch Schrottteile, oder? Na, nein. Na, nein. Und nun bin ich. Und jetzt erstmal geleiten. Denkst du auch gerade das, was ich denke? Bestimmt sogar. Hahahaha. Ihr könnt rennen, aber ihr könnt nicht gleiten. So, Schmetterblaster auch direkt wieder gebaut. Ob wir da wohl noch mehr kriegen? Was hat mir das denn jetzt gebracht? 19, mir fehlt noch eins. Okay, jetzt wird mir doch auf der Karte angezeigt. Baby 8 macht sich auf dem Weg. Okay, das letzte Teil liegt hier anscheinend. Yes, geil. Ein bisschen Schrott gesammelt. Finde ich cool, dass sie das eingebaut haben. Fand ich auch eine geile Szene in Episode 7. Wo man dann erstmal den Charakter etabliert. So von wegen, hey, hier, cool, guck mal, krasse Schrottsammlerin. Kann akrobatisch sich so durch den Sternzerstörer irgendwie springen lassen. Und sammelt da so ein bisschen Schrottteile und so. Also wie man die Ray introduced hat, also so eingeleitet hat quasi in die Story. Die haben eigentlich alles richtig gemacht, finde ich. Wo sie es ein bisschen vergeigt haben, ist dann leider die Tatsache, dass sie dann irgendwie alles kann. Dann kann sie den Falken reparieren. Und dann kann sie den Falken auch noch richtig perfekt fliegen. Und dann kann sie irgendwie die Macht so schnell erlernen und so. Ja. Wird ja häufig gesagt, so von wegen Mary Sue Charakter. Also so ein Charakter, der ja mehr oder weniger ohne Großaufwand irgendwie viel dann einfach kann. Ohne irgendwie so eine Art der Lernkurve haben zu müssen. Ja, was soll ich dazu sagen, Leute, ne? Das ist leider irgendwo wahr. Muss man ja zugeben, ne? Das ist eine der Schwächen. Das muss sich der Film dann auch gefallen lassen. Auch wenn er echt voll ist, wie ich finde. Aber nun gut. Nieme Außenposten haben sie auch schön gemacht. Diese Open-World-Bereiche gefallen mir immer mehr irgendwie. Ich finde das richtig, richtig cool. Ich freue mich hier auch schon richtig darauf, mal die Open-World zu besichtigen. Cool, dieses ikonische Tor. Das haben sie gut hinbekommen, ne? Dass man Jakku direkt wiedererkennt. Auch wenn es dann wieder ein wüchsten Planet ist. Aber das haben sie gut hinbekommen. Wie der sich anhört. Kann ich da bei ihm rein? Der hat hier abgesperrt. Huff machen hier. Der Kampf um den Schrott. Geschichte fortsetzen, jawohl. Diese fünf Teile entsprechen dem Wert einer halben Ration. Letzte Woche war es jeweils eine halbe Ration. Das ist mit dem Droiden. Der ist nicht zu verkaufen. Nun, der ist mir durchaus 60 Rationen wert. Komm mit, BB-8. Wasser! Wasser! Oh, verschwinden wir von hier. Hm. Ach. Ach. Irgendwo verständlich, wie man so am Verdursten ist, aber... Anker, Schergen. Der eine sieht ja richtig cool aus. Dä, 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 dä. Ach cool, wie die mit dem Stab kämpft. Das ist ja super. So, warte mal. Was haben wir noch hier? Boah, so ein Superschlag. Superschlag! Und was haben wir hier? Noch so ein Charge-Schlag. Okay. Oder so ein Tritt. Hä? Wie ist denn der weggeflogen? Hä? Hallo, Finn. Was möchtest du dich da ein? Äh, ich komm dir zur Hilfe. Ich hab nicht um Hilfe gebeten. Dä, 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 dä. Die gute alte Tuffer Ray. Oh, sorry. Oh, Finn. Finde jemand bei uns mit? So soll das sein. Der gute Mann, der weiß aber nicht, wo sein Platz ist, ha? Als ob die Tuffer Ray irgendwie Hilfe benötigt. Alter, die kämpft richtig gut. Und ich hätte gern irgendwie auch so eine Art Fernenkampf. Weil die trifft irgendwie unfreiwillig immer alle Leute in der Umgebung. Oh, was ist denn mit ihm? Der Kampf um den Schrott. Geschichte fortsetzen. Ja. Au! Hey, was? Der Droide sagt, du hast sie gestohlen. Ich weiß, sie gehört Poe Dameron. Er wurde gefangen genannt von der ersten Ordnung. Ich half ihm zu fliehen. Dann bist du also im Widerstand? Wie's aussieht, ja. BW8 sagt, dass er einen Geheimauftrag hat und zu deiner Basis muss. Angeblich trägt er sowas wie eine Karte in sich, die zu Luke Skywalker führt. Und alle wollen die Haken. Luke Skywalker. Komm schon. Cool. Wir können dir nicht entkommen. Also direkt schießen. Lauf. Pass auf. Oh, diese Film-Akkuratheit. Das ist so cool. So viel zum Entkommen. So. Da ist noch ein Kurzopfer. Aber wir kommen wieder hin. Der Weg ist versperrt. Der Weg ist versperrt. Oh Mann, Hilfe. Bam, bam, bam. Ich kann hier irgendwas bauen? Was kann ich denn bauen? Einfach während man beschossen wird. Okay. Du bist dran, BW8. Oh, was? Was? Was passiert denn jetzt? Wir können den TIE-Bomber einfach hacken? Wie Ray da rumsteht. So, aber nicht. Oh, mit dem haben wir ja auch noch gar nicht gekämpft. Na ja, der Schock-Mut. Geil. Was passiert jetzt? Ach, macht der mir den Weg auf? Geil. Lauf, Finn, lauf. Okay, den nehmen wir noch mit hier. Okay, wir nehmen doch keinen mit hier. Story. Ich muss los. Ich muss los. Die Mühle ist doch nur Schrott. Die Mühle ist doch nur Schrott. Der Schrott wird schon machen. Der Schrott wird schon tun. Cool. Ach, ist das gut gemacht. Ey, also komm schon. Das ist super. Das ist super. Oh, wir werden auch von der Luft beschossen. Hilfe, okay. Ich gehe ja schon. Die fliegen, der Schrott. Level starten. Jawohl. Nein. Das gehört dir. Was? Halt dich bereit. Bist du das Ding schon mal geflogen? Nein. Das ist so wang gut. Fängt die Schilder aktiviert? Ich gehe jetzt runter. Oh, das ist wie im Film, Alter. Das ist so cool. Also genau der gleiche Shot. Oh, okay. Das Level gab es bei den... Das Level gab es bei Force Awakens auch so. Wir sollen erst mal ein paar Stats sein, Leute. Warte, können wir jetzt switchen? Oh nein, er macht ja die Rolle. Hilfe. Ich wollte gerade gucken, ob man den Charakter switchen kann. Aber nein, so läuft das nicht. Okay, das soll ja relativ easy sein, oder? Ist ja gar kein Problem hier. Können wir auch durch den Sternenzerstörer durch? Warte mal, ich fliege hier nochmal eine Runde. Alter, dieser Sound, der ist so der Hammer. Okay, da vorne ist auch noch so ein Antrieb. Das ist ja cool. Guck mal, auch in der Luft die Sternenzerstörer. Ach, ich habe irgendwie richtig Bock auf die Sequels, muss ich sagen. Okay, wir können hier leider nicht durch. So, aber den fangen wir ab. So, einer noch. Alles gut, alles gut, halt. Oben bei der Brücke noch. Was macht denn Finn die ganze Zeit? Der macht ja gar nichts. Wir müssen ausweichen. Warte, wir können auch einmal den Looping versuchen, oder? Warte, geht das nicht? Doch. Cool. Cool. Einfach nur super. Okay. Feuer! Aha. Jetzt gibt es da nochmal was. Oh, hier, warte mal. Die nehmen wir aber auch nochmal mit. Okay, nochmal TIE-Fighter besiegen. Aber, wir haben hier auch irgendwie diese Geschütze zu zerstören. Das bringt ein Minikit, oder was? Jawohl! Minikit! Die haben doch gar keine Chance gegen mich. Die Tai-Fighter sind doch auch One-Shot-Down, ne? Die brauchen nur einen kleinen Kratzer. Und schon... Was hat denn der gemacht? Einfach, einfach gegen die Wand geflogen, der Kerl. Hatte gar keine Lust. Warte, jetzt gucken wir den an. Können wir schütteln. Ich glaube, dass BB-8 eine Karte in sich hat, die zu Luke Skywalker führt. Ja, der Widerstand... Ich meine, wir brauchen diese Karte unbedingt. Dann sollten wir machen, dass wir von der ersten Ordnung wegkommen. Oh, man kann auch so einen Turn machen. Oh, Hilfe! Macht man übrigens alles mit den Schultertasten, ne? Also jetzt nicht mit R1 und L1, so. Also die beiden gleichzeitig drücken. Man kann hier einmal rollen. Oder in die andere Richtung rollen. Aber man kann auch den Looping machen, wenn man beide gleichzeitig drückt. Jawohl, ich versuch's ja. Ich muss die gar nicht abschütteln. Die macht die einfach alle platt. Jetzt übertreiben sie aber ein bisschen hier, oder? Ein paar viele, die man hier alle platt machen kann. Rechts, 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 rechts. Ja. Nein. Jawohl, der hat einen. Warte mal, diese Ties könnten mit Protonentorpedos bestückt sein. Die können wir denen einfach klauen. Shit, ich werd hier richtig beschossen, ey. Oh, ist das cool. Das ist auch wie im Film, Leute. Diese Szenen, die haben das so gut nachgemacht. Komm jetzt auch. Jawohl, oh. Die Losen in der ersten Ordnung gehören zu den Besten, die es gibt. Wir müssen vorsichtig sein. Kann man hier drin eigentlich auch den Looping abziehen? Nee, oder? Nee, kann man nicht. Oh, wir haben die Nekid gesammelt. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich meine, hab ich natürlich gesehen, Leute. Habe ich gesehen, habe ich mitgenommen. Nimmst du mit? Ich versuche einfach alles abzuballern, was mir irgendwie in den Weg kommt. Diese Stegen kann man, glaube ich, auch kaputt machen. Nee, kann man nicht. Doch, da schon, aber... Aber ich glaube, jetzt weiß ich, wo man hinschießen muss. Okay. Hilfe! Warte, ich hab irgendwas bekommen von Minikid-mäßig. Das ist so cool, ey. Das macht auch richtig Spaß, sag ich euch. Die Szene ist auch geil gewesen. Also, von der Optik her Hammer. Du bist in Sicherheit. Er ist beim Widerstand. Hilf mir damit! Stell! Na gut, mal ganz unter uns. Ich bin nicht beim Widerstand, klar? Ich versuche nur, vor der ersten Ordnung zu fliegen. Aber wenn du uns sagst, wo die Basis ist, dann bring ich dich vorher dorthin. In Ordnung? Wo ist eure Basis? Komm schon, BB-8. Sag's ihr. Das Elenium-System? Ja, das ist es. Flieg uns so schnell hin, wie du kannst. Cool. Hilfe! Ich werde direkt beschossen. Tief fliegender Schrott. Level abgeschlossen. Jawohl. War er, Jedi haben wir geschafft. So langsam habe ich den Dreh raus. Tief bleiben. Gar nicht so einfach ohne Co-Pilot. Mhm, mhm, mhm. Das wäre ein Teil geworden. Charaktere haben wir auch nochmal zwei Schiffe bekommen. Und jetzt sind wir mitten in der Schlacht drin. Ja, gut festhalten. Hilfe! Sag mir nicht, was ich tun soll, Ray. Puh, so. Damit haben wir es. Der Widerstand hat gewonnen. Alles klar. Mein Gott, jetzt werde ich schon vom nächsten abgeschossen. Hilf mir doch einer. So, den Kometen nehmen wir natürlich auch noch mit, liebe Leute. Und damit würde ich sagen, beim nächsten Mal reisen wir dann nach Dakar und gucken uns dort die Widerstandsbasis an. Und schauen natürlich auch, wie es weitergeht mit der Story. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr hattet auch alle ganz viel Spaß beim Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao! Ciao! Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.